So, was läuft denn heute? Oh, neues TV-Format. Big Mother. Hm. Oh, fängt gerade an. Schauen wir doch mal rein. Bewohner Nummer eins! Was ist denn jetzt los? Ich bin Big Mother, du unser erster Bewohner. Hä? Wie? Das wird bei mir zu Hause gemacht? Ja, genau. Wo kommen denn auf einmal die ganzen Kameras her? Das könnt ihr doch nicht einfach so... Meine Show! Meine Regeln! I-Mam. Ha! Das sieht hier aus wie in meinem mobilen unterirdischen Geheimlabor. Willkommen, Bewohner Nummer zwei! Doktessor? Ha! Die anderen acht Bewohner sind auch schon drin. Die anderen... Habt ihr sowas schon mal gemacht? Naja, sowas würde ja auch nie einer ein zweites Mal machen. Oder, Tim? Natürlich nicht. Was hältst du davon, wie ich Hund dazu gestern geäußert habe? Nein, ich finde ihn manchmal echt sehr schwierig. Ja, sehe ich auch voll so. Füße vom Tisch! Ja, Big Mother! Sag mal, glaubst du, du könntest dich im Haus verlieben? Ähm, in wen sollte ich mich denn hier verlieben? Sag mal, hat jemand von euch die letzte Schafsmich getrunken? Nein. Und als erster das Haus verlassen muss? Ratchet! Nein! Nicht Ratchet aus der Schaukandidatenabteilung! Was gibt's denn heute? Schon wieder Ofenkäse! Nicht schon wieder Ofenkäse! Geil! Ofenkäse! Ihr sollt gegessen, was auf den Tisch kommt! Ja, Big Mother! Ha! Ofenkäse! Hab ich erfunden! Und das Haus verlassen muss... Hund! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Ah! Entsprechendes Blüschtier! Nein! Oh, ich vermiss Ratchet! Bewohner! Ja, Big Mother! Räumt euer Zimmer auf! Ja, Big Mother! Hey, wir werden uns doch alle nach der Show wiedersehen, Becky! Ich bin nicht Becky! Ich bin Jackie! Hä? Becky? Ja? Ich seit zwei? Ich hab die ganze Zeit gedacht... Ernsthaft? Du hast nicht bemerkt, dass meine Zwillingsschwester mit im Haus ist? Schaust du beim Essen eigentlich auch mal nach links und rechts? Offenbar nur in eine Richtung. Ernsthaft? Dachtest du, dass Timea und du die einzigen Geschwister hier seid? Doc Tessor, haben sie gemerkt, dass das Geschwister sind? Becky? Jackie? Ihr seid Geschwister? Also Tim und Timea? Ja, aber Becky und Jackie? Oh, ich find Tim irgendwie süß. Oh mein Gott! Das ist ja auch Becky! Was meinst du, wer rausfliegt? Ich bin leider keine Hellseherin, Jackie. Ich hoffe nicht, dass Tim gehen muss. Der ist so süß. Ich sehe, dass die Einschaltquoten steigen werden. Ich habe den frühen Auszug erfunden. Doc Tessor, Sie müssen leider das Haus verlassen. Oh, das war jetzt unüberlegt. Becky und Jackie! Ich habe euch ins Sprechzimmer gerufen, um euch mitzuteilen, dass die Quote sinkt. Um hier wieder Pep reinzubringen, muss ich euch sagen, dass ihr beide Tim süß findet. Hey, wir brauchen dringend einen Verbandskasten. Hey Papa, wir brauchen dringend Kondome. Tja, da sind wir nur noch zu dritt. Gut, dass sie uns das Internet und Fernsehen gekappt haben. Da können wir uns viel besser mit uns selbst beschäftigen. Heute, Finale. 100 fucking Tage. Boah, ich kann es auch gar nicht glauben. Bewohner Hä? Was ist denn mit deiner Stimme? Oh, äh, sorry. Ich hatte einen Frosch im Hals. Nun verkünde ich den Sieger. Der Sieger? Der Sieger? Bin ich? Hä? Na sicher bin ich hier der Gewinner, wenn ich schon allein daran denke, was ich für Werbeeinnahmen eingenommen habe. Ganz zu schweigen von den ganzen Anrufern. Das ist wirklich unfair. Ruhe! Mein Haus, meine Regeln. Also eigentlich wohne ich hier. Ruhe! Verlasst jetzt und sofort das Haus. Okay. Und nehmt den Müll mit runter. Und ihr zuhause abonniert mal lieber diesen Kanal und schaut euch auf die anderen Videos an. Sonst spreche ich mal mit euren Eltern. Uhuuck. Dann! 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 Vielen Dank.